Übung 1 Praxis Dr. Otto, Viola, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Mein Name ist Aigner. Ich fühle mich nicht gut. Ich möchte einen Termin bei Frau Dr. Otto. Heute ist die Praxis voll, aber morgen um 8.30 Uhr können Sie kommen. Morgen ist Dienstag. Ja, das ist gut. Also bis morgen 8.30 Uhr, Herr Aigner, und bringen Sie bitte Ihre Versicherungskarte mit.